Was ist das überhaupt für ein protziges Ding? Ich dachte, ihr hängt so an eurer Waffe. Nicht der Zeitpunkt. Ja, kommt, lasst uns das Bein hinaufklettern. Ja, ich würde mal Zulamin folgen. Ich kletter den auch hinterher. Dann gib mir mal eine Kletternprobe auf dem steinigen oder versteinerten Bein. Erschwert erleichtert? Ah, sie ist erleichtert um drei. Damit kann ich leben. Bei Klettern zählt? Ja, warum nicht? Das ist wahrscheinlich sowieso kein Unterschied. Ist euch allen gelungen, ne? Ja, allen gelungen. Ja, das eine oder andere Mal müsst ihr euch beim Hochziehen ein bisschen vorsehen. Aber mir ist auch zurückversetzt dann die Besteigung des Bergs in Jolgormack, als du das erste Mal in der Stadt der tausend Augen warst. Und diese merkwürdigen Handschuhe benutzt das die Beinchen, wenn man sie so nennen kann, oder die Wurzeln. Acht Stück sind merkwürdig scharfkantig, von Steinen erfüllt und Steine. Und wenn ihr euch dann nach und nach nach oben gezogen habt, ohne euch größere Schnittwunden zuzuziehen, könnt ihr auf einem der Oberdecks, auf dem Zentraldeck stehen bleiben mit der gewaltigen Bugbastion. Ein Käferrücken mit vielen Aufbauten. Ihr könnt wohl tatsächlich erkennen, wie es auf einer der Rückseiten dieses Decks durch diesen Chitinpanzer einen Weg nach unten gibt, als hätte sich dort irgendein ekelhaftes Tier in den Käferpanzer hineingefressen. Es ist eine Dämonnarche, aber so wie ihr hier oben steht, es ist ekelhaft daran zu denken, wie sich ein Tier oder ein Parasit in einen Käfer hineingefressen hat, um Gänge zu erzeugen, durch die ihr dann ins Innere des Schiffes eindringen könntet. Wir sind hier richtig, ich kann es spüren. Ihr dachtet auch, dass wir an der Kette richtig wären. Ach, pappelapappel. Und? Dann die Wagenmutigen voran, nicht wahr? Ich probiere mich halt nicht mal zu erinnern an unsere erste Arche und probiere mal zu erraten, wo es nach unten wahrscheinlich zum Archeherz geht. Dann hast du natürlich nichts verstanden. Jede Arche ist anders, jede Arche kann geformt werden von einem Kapitän. Und ihr seid sowieso in den Niederhöllen. So etwas wie eine physische Existenz oder eine Form gibt es hier nicht, hier ist alles Chaos. Aber wenn ihr nach unten kommt, könnt ihr mehrere Gänge sehen, die dort abzweigen. Ihr merkt den Rauch oder so etwas wie Unfeuer immer während der Dampf, der hier unten brodelt. Ihr könnt Fische erkennen, die auf dem Boden liegen oder Seegurken, die zertreten auf den Gängen oder auf den Adern liegen und dann folgst du dem Klang des Herzens. Vor allem, ich würde wahrscheinlich auch den Adern folgen. Je dicker die Adern werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass man ins Zentrum kommt. Ein pulsierender Rhythmus. Und je näher ihr kommt, desto mehr könnt ihr so etwas wie, nicht Heimat, aber so etwas wie Normalität der dritten Sphäre bemerken, wenn die Archenkäfer auch hier existieren. Sie sind keine richtigen Dämonen, ähnlich wie diese merkwürdigen Würmer, die ihr gesehen hattet. Archenkäfer sind doch keine Dämoniden, sie sind einfach da. Sie gehören dazu. Aber man kann sie nicht beschwören, sie sind Paraphernalien natürlich. Man kann sie für alchemistische Rezepte benutzen, aber sie sind keine Dämonen. Sie sind Flora und Fauna. Ich taste mal so eine Vorsicht dieser Wand ab und führe die Konsistenz dieser Wand ab. Ja, ein feines Gespinst, was hier in dem matschigen Inneren des Käfers euch führt in Richtung des Herzens. Dünne Zweige, die hier teilweise herumschweben. Du kannst, je näher du dem Herzschlag kommst, auch Schmiedefeuer hören und den Klang von Ambossen. Ihr seid mittlerweile in einer anderen Sphäre wohl sehr viel näher. Der von Agrimod, wo beides gleichzeitig existiert. Wurden sie doch aus zwei verschiedenen gerufen. Teilweise könnt ihr auch sehen, wie die Schleier des Limbos oder der Sphären reißen. Kurz vor eurem Auge könnt ihr ein gewaltiges, anstatt dass es in blau getaucht ist oder in ein leichtes grün, ist es dann alles in ein rot, in ein Rost rot getaucht. Wenn die Sphären vor euch aufreißen und knacken und einige Blitze vor euch hin und her zucken. Und dann steht ihr vor dem Herz der Arche. Ihr könnt ein gewaltiges Monstrum erkennen. Eingeschlossen von verschiedenen Knochen, die über ihn hinüber wuchern und wachsen. Ein Wesen gewaltig groß, was euch glucksend und pulsierend anblickt. Ein Herzschlag. Die Kreatur besteht aus einem Herz. Und ihr seht, wie dort Wächter existieren. Ein Krakonier mit einer eisernen Haut. Einen Wal, der ungefähr menschengroß auf zwei Beinen mit zwei weiteren Armen euch aus tiefliegenden schwarzen Augen anblickt. Ein Orca muss es sein. Und dein merkwürdiges Wesen statt deinem Kopf trägt es wohl nur etwas wie ein... ...wie ein Rochen auf dem Kopf. Ist es soweit, Kapitän? Sehen wir wirklich hier? Das ist es. Was? Das Herz. Was tun wir denn jetzt? Jetzt machen wir uns kampfbereit. Mit diesen Worten würde ich eine Liturgie sprechen. Spricht eine Liturgie? Ähm, und zwar... Warte. Lass mich eben raus suchen. Die anderen können ja eben weitermachen. Sollen wir nun den Mengenbüller nehmen und ihn direkt ins Eichenherz ran? Der Plan. Was ist der Plan? Ihr solltet vielleicht beide zur Hand nehmen. Ja. Einer von beiden wird hoffentlich Wirkung zeigen. Gut, Voltax. Du hast den einen Mengenbüller, ich hab den anderen. Wir versuchen beide von verschiedenen Seiten ranzukommen. Einer von uns muss das durchschaffen. Meiner ist der mit dem Puporblitz, deiner ist der mit dem Toxin. Das kriegen wir hin. So, ich muss nur einmal die Modifikatoren wissen, die hier nicht erhalten werden, weil vermutlich sind es da einige. Also du bist direkt in den Niederlanden von Korruptorot? Das habe ich mir gedacht, dass das nicht für mich sein wird. Äh, die Götter sind fern, sehr fern. Guck mal, was vielleicht noch der einzige, der hier reingreifen könnte. In einer anderen Welt globule im Limbus mindestens plus sieben. Ja, plus zwölf. Mindestens. Plus zwölf, genau. Zwölf ist noch gnädig. Richtig. Zur Erfüllung eines göttlichen Auftrags? Nö, zur Vernichtung der Arche ja nicht. Äh, sonst? Der Auftrag kann von Arachmur, von Scheirina. Aber greift das ordnend ins Weltgeschehen ein? Wie viele Punkte gibt es? Ich glaube 0 bis 3. Ja, dann gebe ich dir ein. Also plus 11. Ich glaube, das ist hier dabei als Notfallsituation, äh, lebensbrunliche Situation oder nicht? Also darf, kannst du davon ausgehen, ja. Wenn du jetzt hier getötet wirst, ist deine Seele verloren. Okay, das ist eine minus 3. Das wäre eine minus 4. Das ist insgesamt eine plus 8. Plus die Liturgie. Die Liturgie ist eine plus 2. Das ist eine plus 10. Punkt. Das kannst du. Das kannst du. Du hast deinen Chip noch, oder? Ich habe keinen Chip, aber das brauche ich zum Glück auch nicht. Äh, ich würde übrigens da schwarze Fälle natürlich. Lass mich eben würfeln. 1W3. 2 mache ich mir selber. Ich mache mir jetzt selber 3 Schaden. Ähm, Raphim würde seinen eigenen Dolch ziehen, seinen Opfer durch und ihn sich selber durchs Gesicht fahren. Scheinbar schreibt er sich etwas selbst auf die Stirn und nach einem kurzen Ritzen erkennt man deutlich das Zeichen von Chor. Nun, mein Herr, jetzt bin ich Ihnen näher als selbst du es ist. Ich stehe mitten in Ihrer Höhle. Und ich werde Ihnen zeigen, dass Sie nirgends wo sicher sind. Ich werde den Kampf zu Ihnen bringen. Und mit diesen Worten wachsen ihm wieder die schwarzen Schuppen von Pharma Lohr. Und er blickt die anderen blutdürstig an. Seid ihr bereit? Nein, aber ich denke das macht jetzt auch nichts mehr raus, oder? Das hat er sonst noch nie aufgehalten, nein. So bereit wie man dafür sein kann. Hm? Der Orca beleckt einmal seine Zähne und ihr könnt sehen wie der Krakonia wohl an seinen Gürtel greift. Ein ledernder Gürtel aus Menschenhaut und zieht aber zwei Hämmer hervor, die in einem dunklen rot unheilig glühen. Wie weit sind Sie denn von uns entfernt? Ähm, 20 Schritt. Okay. Dann greifern wir meinen Zauber sprechen und zieh sieben HSP raus. Können wir uns in der Zeit orientieren, wo Rafim seine Liturgie wirkt? Ja, von meiner Seite aus schon. Dann würfelt Rafim seine Initiative so aus und alle anderen sind maximal orientiert. Dann geht aber auch das Archenherz auf die 21. Ich möchte aber zaubern. Und das ist vielleicht mal der Punkt. Die Amadosi ist schon eine Weile dabei, hat seinen Zauber noch nicht einmal genutzt. Ich wirke den Stand fest Katzen gleich, nachdem er meine Waffen gezogen habe. Blackaratz gefällt das. Du bezahlst auch nur die Hälfte. Ja, geil. Warum gefällt das Blackaratz? Ja, ja. Weil der das mag. Was? Ja. Er hat einen Fanboy. Ja. Whatever. Das ist wichtig, dass diese Seele nicht hier stirbt. Aha. Cool. Gibt er mir auch die Halb-HSP? Ja, du hast deinen Zauber aus dem Stab gezogen, also nein. Ich habe auch nichts gezaubert. Du hast sieben HSP aus dem Stab, irgendwas gemacht. Ah, aus dem Kraftspeicher? Ja. Ja. Welcher Zauber? Gibt er mir auch die Halben? Oder ist es ein One Time? Wenn du einen richtigen Zauber jetzt wirst, dann ja, klar. Okay, cool. Gut. Machen wir. Wichtige Frage. Wichtige Frage. Der Krakonia Priester. Ähm. Erkenne ich, dass der Agri-Mod geweiht oder, naja, dass die Hämmer hat. Nennen wir es geweiht. Ja. Ähm. Also ich erkenne, dass der dem zugehörig ist. Ähm. Ja, also du hattest nicht viel mit Agri-Mod oder Angri-Mosch zu tun, aber er sieht schon sehr bedrohlich aus mit seinen Hämmeren. Als Schänder der Elemente und als Diode. Und du weißt auch, dass die Arche auch aus Agri-Mod-Sphäre beschworen wurde. Also ich, ich meine, ähm, ich kann da schon herstellen, die... Ich denke schon. Gut, gut. 17, sagt Pentilio. Äh, ich steh neben Zolamin, nicht wahr? Du stehst neben Zolamin. Ich hau ihr vermutlich mit mehr Kraft, als es nötig ist, den Stab einmal zwischen die Schulterblätter und löse einen Armatrots aus. Äh, ich würfel erstmal kurz, bevor wir jetzt mit Modifikatoren anfangen, die... Ich schwöre, ich hab das eingetragen. Was möchtest du wirken? Sorry, die, äh, Auslässeprobe. Mit 13 Armatrots ist ein B-Zauber. Ja, ist das lockerflockig geschafft. 17 hat mich erst da wird. Ähm, so ein 8er Armatrots. Für 13 Aktionen. Dann notiert sie sich das bitte selber. Und wir machen... Das hat wieviele Sekt? Ein Aktion? Das war eine Aktion in der zweiten werde ich mich... Ich bin zwar schon orientiert, aber... Weiter orientieren. Ich würde mich, ich würde mich tatsächlich nach vorne bewegen, aber natürlich mit den anderen auch. Also ich gehe mal davon aus, dass die anderen sich nach vorne bewegen werden. Und, ähm, entsprechend... Ne, du legst jetzt deine Bewegung fest. Mitgehen, ja, ich bin ja eh nicht so schnell. Die anderen ziehen nach oder vor, aber... Ja, ich gehe entsprechend meine vier Schritte nach vorne. Und, ähm, ja. Dann sind ja erstmal die anderen dran und dann kommt ja noch meine zweite Aktion. In der ich dann wahrscheinlich... Ja, du kannst deine zweite Aktion schon sagen, ja. Ja, du kannst deine zweite Aktion schon sagen, ja. Okay. Ja, dann gehe ich auch nochmal vier Schritte. Gut. Dann, Raffi im 19. Ja, rein! Ja, willst du laufen, sprinten? Äh, ich möchte mit Boltax Formation halten, damit er nicht einfach komplett umgebahzt wird. Ja, das mache ich jetzt, 21. Dann wirke ich jetzt, äh, mit allen meinen Paktierern und dem Archenherz gleichzeitig. Das Archenherz, ich muss gerade mal schauen, wie weit seid ihr entfernt? Reicht doch nicht. Aber, äh, ich lege an, und zwar mit meinem Wächter auf Boltax. Er steckt seinen Finger aus, Aquafaxius. Aua. Oh, den kannst du ausmachen. Und schießt einen engen Strahl, Aquafaxius, Unwasser in dein Gesicht. Eigentlich hätte er vorher sagen müssen, wie viele Würfel er da reinlegt. Ja, fünf. Ist ja in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ich hab meine beiden Aktionen schon verwendet. Du kannst frei rausweichen. Du kannst frei rausweichen, wenn du möchtest. Ist ne plus acht, wenn du willst. Ja. Du musst halt vorher die Magiekunde-Probe schaffen, um zu sehen, dass er das überhaupt macht. Aber ich glaub, du hast ne Aquafaxius. Nein, seine Initiative-Probe ist... Ich glaube, wir sind vor allem schon mit genug Aquafaxien beschossen worden mittlerweile, dass das automatisch geht. Ich gehe auch davon aus, zumal ich halt auch noch Merkmalskenntnis-Elementarismus habe. Aber... Seine Initiative ist einfach so, dass du es nicht gesehen hast. Punkt. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja, das ist ja in Ordnung. So oder so egal. Ja, wie gesagt. Ähm, das bringt auch nichts frei auszuweichen, weil ich nur mit einer eins frei ausweichen würde. Ähm, Entschuldigung, welcher macht das? Der blaue, also der mit Wächter beschwiegen ist. Der Wächter. Du kriegst keine 8a Erschwärmung, sondern eine 5a Erschwärmung. Eine 5a Erschwärmung. Da kommst du locker flockig hin. Okay. Okay. Wir probieren es aus. Ja, auf die 3, ne? Ja, auf die 3. Es kann ja immer klappen. Schicksalswärmung geht immer 13. Leider nicht. Ich hab ja immer das Waffe Glück. Okay. Ähm, dann ist das ein Aquafaxius. Aus enger Strahl. Ähm, schauen wir mal nach, was der alles so macht. Ähm, 18 Schadenspunkte. Der hat eine gesenkte Wunschwelle umzu. Wunschwelle geht runter. Und dann müssten wir uns die Wassermodifikatoren angucken für Unwasser. Ja, die musst du wissen. Ja, äh, ertrinken. Wenn es eine Wunde ist, dann fängst du an zu ertrinken. Nicht gut, dass ich Popowasser getrunken habe. Richtig. Das hilft. Ja. Ähm, ich nehme... 18 Wunschwelle minus 2. Minus 2. Alles klar. Ja, da kriege ich auf jeden Fall eine Wunde. Trotz der Tatsache, dass ich eisern bin. Rechtes Bein. Und er kriegt halt noch 3 Punkte Erschöpfung. Aber ich glaube, da können wir einfach drüber hinwegsehen. Ja, Erschöpfung müssen wir nicht machen. Das ist tatsächlich eine Wunde am rechten Bein. Ich muss gerade mal gucken, welche... Ach so, wichtige Frage. Ich war ja vorhin nicht da gewesen. Haben wir Unverwundbarkeits-Elixiere getrunken, ja oder nein? Nope. 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 Okay, alles klar. Nur, dass ich das für die Rüstung weiß. Dann... Gut, dann geht mal in Wehrwahl. Ähm, ja doch, der bleibt... Er ist... Er würfelt mal... Er würfelt mal auf... Intimates. Erstmal noch die Selbstbeherrschungsprobe machen. Fünf, das reicht. Dann bleibt er da. Und der Gregonia-Priester bleibt auch beim Herz. Hier ist es aber geschafft. Die wandeln also um und verteidigen Abemir. Äh, ich mach ein Gradianum auf mich. Und zwar der Variante Schild gegen Zauber. Persönlicher Schild. Das wäre grundsätzlich mal plus drei, plus fünf, also plus acht. Für kurze Zauberdauer gibt es mal plus drei. Äh... Okay, äh... Würde ich meine, äh... Rechte Armstein auslösen. Äh... Die ist ja bekannt. Äh... Eine Umkehrung des, äh... Plumbarums. Und, äh... Cospi-6-Aspi. Und steigert meine Attacke und meine Indium 10 Punkter. Für fünf Kampfronnen. Alles klar. Das kannst du dir auch notieren. 24 Diamantes. 24 Diamantes. Natürlich. Gemutet lässt sich schlechten. Äh... Sturmangriff. Archenherz. Mit, äh... Schnellziehen. Mengenbiller. Äh... Und ich stimme drauf zu. Und möchte das, äh... Herz direkt attackieren. Wie es da planen wird. Ich, äh... 28 Schritte habe ich genau. Was ist der Sturmangriff? Äh... Ist Sturmangriff mit Dolchen überhaupt möglich? Und das ist meine Frage. Gib mir einen Minuten. Dolchen. Ich glaube nicht. Ich bin mir sehr sicher. Ja, okay. Dann machen wir es, äh... Einfach. Aktion Position zum Eichenherz. Gut. Du sprinterst hin. Mit Standfest. Katzen gleich. Und du willst also noch nichts machen. Äh... Ich hätte sowieso eine Parade auf. Sturmangriff ist nicht möglich. Ja, gut. Zulabin 32. Hm... Ich möchte gerne den... Mit einer Aktion den Accelerators auslösen. Und dann einen Sturmangriff auf den Blauen machen. Und dann einen Sturmangriff auf den Blauen machen. Ist das möglich? Äh... Ein Sturmangriff? Das kostet dich... 2 Azonen. Und ich habe aus meinem Waffenmeister 3. Ja, dann erlaube ich das. Okay. Solange du deine Waffe in der Hand hast. Ja. Der hat mir einen sehr kampfbereit gemacht. Du musst aber das Schlüsselwort sagen. Okay. Ähm... Zulabin spricht das Schlüsselwort... Krrrr-Zrrr... Und ähm... Macht einen Sturmangriff auf den, der gerade Voltax angegriffen hat. Das sind 25 Meter. Sollte passen. Ja, Geschwindigkeit. Achso, 8 oder 9? genau und dann muss noch der sturmangriff klappen das ist eine eine plus fünf weil ich immer noch ein zentrum hat er möchte auch noch aktion der wächter hat keine aktion das archenherz und der orca und der quater zielpriester die haben wir haben sie nicht die haben noch die haben auch nur pariert also ja ich fragte nur weil dann verrierte auch nicht gestorben ist auch nicht zu damit gewinnen warte da kommt jetzt drauf einmal vier aus dem sturmangriff selber und dann eine halbe geschwindigkeit der geschwindigkeit war es ist 18 so noch mal 9 also ein gesamtaufschlag von 13 plus 18 macht 22 21 danke die zwei aus dem accelerators sind da dran oder die kommen dann noch zusätzlich rein dann sagen dass 23 genau dann einfach ein kopf überfüllt kann mir auch den sack zu machen ja das könnten wir dann wohl was ich zumindest schon mal meine selbstbewerbsprobe sieht aber noch gut aus ähmtchen zone ja das ist nicht dass die 20 aber sicher dass wir die ist eine wundschwelle wie verschont hat die 23 23 23 dann sind das konst die 14 und eisern dann hat er mal in der zweiten neuen sehen bei 16 kriegte die also bei 16 hat er noch nicht die zweite bei 17 hatte die zweite und dann sieben mehr also 16 23 der auf der 23 24 der drei wunden genau das heißt in zwei wunden auf dem kopf vor allem aber ein 24 23 minus 9 sind 14 ja wirklich was ist der letzte das letzte eigenschaften selbstbeherrschung ach so wegen der 18 kkk 18 kkk 4 4 punkte so hat er einen 18er selbstbeherrschungswert wenn man jetzt um ok dann fällt auch um aber ja trotzdem bezeugen ja dann zu stellen verschiedenes bedeutend mache ich einfach mal der sechs plus drei falls es wichtig ist okay dann ist zusammen ihn fertig nächste kampfrunde 17 sagt bantinio vor stopp ich sie vor und zwar möchte ich jetzt vier mal oberstleutner diamantes angreifen mit dem manchen okay ich ziehe auch einmal vor und möchte einmal vorher angreifen ja ich guck gerade auf deine initiative 24 einmal kannst du ja frage wenn das herz sich nicht bewegen kann kann er dann mit einem gezielten ausweichen im grunde aus der reichweite aller angriffe herauskommen das herz ist im prinzip leben dass es pulsiert halt es ist halt eine ausgestaltung eines herzens und der mensch recht bewegt es sich halt auch ich meine das kann ich von der stelle rein wie aus hat halt hnsp als als aktion mit seinen tentakel schlingen ich verstehe ja würde gerne ok und zwar greife ich über kaufen dann ich bekomme durch mein stand fest katzen gleich eine keine vier erleichterung aber eine vier erleichterung für jede ansage die ich mache oder ansage die ich drauf bekomme deswegen nutze ich diese auch und gebe mir mit eine fünfer finte mit rein und zusätzlich eine vierer wuchtansage sofern ich das mit mengenbildern machen kann wenn nicht dann bitte hier einmal aufschreien wenn wir aus deinem deutsch und kann entsprechend keinen buchstab durchführen du kannst du gerade machen ja genau gerade ich kämpfe über raufen also ich habe doch wie sehr und ja dann ist das auch meine sagen ja auch schon ganz aber sowieso kein sturm angriff machen so oder so nicht doch kein sturm angriff an das ist ja so richtig aber er hat den letzten runden wollte ein sturm aufmachen ja aber es hat er trotzdem noch über deutsche gemacht aber noch musste ich mich habe für keinen kampf zu entscheiden du musst einfach alles anzudringen musst du einen angriff machen der einen sp anrichtet und mehr ff pro beschaffen also mit der 19 ist es gelungen dann ich bekomme noch eine 4 erleichterung drauf erschweren es war nur plus 9 und damit ist es eine punktlandung ja ich pariere wie hoch bin ich finde es war ich doch genug ja würfel mal neu mit was mein schicksalspunkt 15 dann ist es nicht geschafft dann schauen wir uns mal den schaden an meng bella macht minus 1 oder plus ein leider plus 1 ok dann ist das 5 plus 4 wuchtansage eingemacht das herz hat einen rüstungsschutz von sechs das gespinst ist ein widerstandsfähiges ist widerstandsfähiger als es aussieht sieben sind einer mehr als sechs ich mache sogar neuen schaden wenn ich ja noch die wuchtanslage sage drin das heißt drei gehen durch und das zahlsame taxi welches sich in den bilder befindet okay dann wie schnell wirkt ein satzer toten moxin sofort sofort aber an hier kommt der knackpunkt du musst mir sagen ob das hat das dämon zählt das herz zählt eigentlich ist kein dämon okay dann im grunde kann uns auch klemmen dabei darf eine konzipprobe gegen die zwölf ablegen das herz darf eine konzipprobe gegen die zwölf wir haben damit gerechnet dass es keiner ist aber wir wollten auch noch mal sicher gehen was und 575 du karten die wir nie wieder sehen elf geschafft also mit zwölf erschweren ist die elf geschafft haben was auch nicht geht dann verliert es zwei punkte ge und zwei punkte gewandtheit pro kampfrunde für 20 kampfrunden ein w6 ausdauer punkte ja was was und eine leichte betäubung oder eine leichte betäubung die sich nicht weiter auswirkt eine leichte betäubung gut dann ist halt nicht für lebewesen gemacht ja ich würde einfach mal meine vier wie 20 für die vier peitschen angriffe jetzt vermutlich durchgeht zweimal auf die man das wir davon aus dass ein großer gegner wenn ich passieren das ist ein sehr großer gegner der große gegner dann versuche ich mein glück am außen der wer der wer wahl ist ein großer und den ersten könnte ich außen zweiten hast mir schaden durchgeben hier zwei w6 sind sieben das geht ja sogar es aber ein umwerfen drin oder das ist ein sehr großer gegner wie hoch das heißt wie hoch ein umwerfen hat immer ein zahlen wer den klammern hinten dran stehen der sagt die hoch die erschweren dass auch die folgende körperkraftprobe ist um stehen zu bleiben ja hier ist kein angegeben ich sag mal eine plus fünf oder so macht ein kakafluss okay wenn man das ist geschafft also dann verlierst du an die 16 so das war das herz dann mache ich mal den orca und den kakonia priester zu der minkern natürlich vorziehen aber ziehen die vor mich vor oder die ziel auf ihre 21 handeln die zwei schritte auf zunehmen also wir können nichts machen warum wenn er das vor hat dann sturmangriff zwei erreichen es hieß aber nur zwei schritte reicht das für einen sturmangriff ja mach zwei freie aktionen schritte und dann das hast du auch mit uns gemacht genau okay dann mache ich auf den auch einen sturmangriff ja warte dann ziehe ich ihn wieder zurück ich brauche vier schritte richtig und dann machst du zwei schritte zurück dann bekomme ich aber einen angebung der wächter ist ohnmächtig also kann keinen schlag machen zwei schritte ist deine eigene medizin du sagt das ist schon dies medizin ich bin ja du hast die benutzt das macht dich mitschuldig ja okay dann ist das die ja er hat wie gesagt zwei hämmer von agri bot in den händen und kann natürlich auch parieren seine parade sind zwei erstellt ja er versucht es trotzdem 19 nicht geschafft ich wünsche ich habe mir das leben aufgeschrieben ich dachte mich auch noch mal sturmangriff kommen warte 9 plus 4 sind 13 plus 2015 naja sie macht jetzt den gleichen schaden die eben nur fünf mehr er 13 plus 15 sind 28 die plus zwei hatten wir dazu gerechnet oder sie hat die ebene 1 gewürfelt und jetzt hat sie für einen schaden mehr was ich glaube den können abschreiben oder was sind es für säbel die sind magisch geweiht und reier geweiht reier geweiht der treffenzone ja sind auf alle fälle drei wunden auf dem linken bein und seine selbstbeherrschungsprobe es sieht halt gut aus aber schafft er trotzdem nicht wegen dem schaden kriegt er drei ach man das ist scheiße ich wollte wenigstens mal die hämmer ausprobieren drei wunden auf dem kaponierpriester zustand nein betäubt dann der wehr orca kann diamante so angreifen diamante so bekommst dann angriff in den rücken das erleichtert um fünf und ich weiße ganz gerne mal und ich weiße ganz gerne mal zu ich sehe eine blühende karriere als lykantrop in einer zukunft haben die 16 ist mit der erleichterung auf fälle geklappt wird geklappt und dann mache ich einmal 9 tp und einmal 4 tp ok immer zwei treffer zonen